so heute für euch im test die thunder kong double demolition von leslie feuerwerk gibt schon ja etwas länger auf dem deutschen markt kategorie f2 machen ordentlich laune die teile wenn sie mal funktionieren ich werde jetzt vier stück für euch zünden und wünsche euch viel spaß bei der zündung so 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 Das war's für'sachter.